Unglaublich, was in den letzten 24 Stunden am Kryptomarkt passiert ist. Und der Outcome, jetzt bekannt gegeben, Binance wird FTX vollständig kaufen wollen, weil Liquidity Squeezes ist, viel Geld wurde von FTX abgezogen, das Vertrauen ist komplett bombardiert und fast weg. Und die Märkte haben auf dieses Szenario heute unglaublich volatil wirklich reagiert, mit Korrekturen von schnell mal fast 10% und auch wieder Pumps von 10%. Heftig, heftig, heftig. Und der Gewinner ist ganz klar der BNB-Coin. Unglaublich, 380 Dollar, richtig krass. Ich habe meine Longs leider viel zu früh geschlossen, allerdings im Profit, was das Wichtigste ist. Und jetzt schauen wir uns mal den Twitter-Feed von mir an, weil der ist voll mit genau diesem Thema. Denn FTX hat jetzt Binance um Hilfe gefragt, wir haben auf sehr vielen Charts gesehen, dass die Holdings von FTX Richtung Null gegangen sind. ETH, alle abgezogen, Bitcoins, alle raus aus FTX. Also der Outflow war unglaublich. Und vor einer Stunde hat der CEO von FTX dann gepostet, dass eine Entscheidung getroffen werden muss über eine strategische Transaktion mit Binance für FTX.com. Und dieses Schlammschlag, das der Binance CEO gepostet hat, ja wir werden unsere FTT-Tokens alle verkaufen, das würde den Markt richtig drücken. Alle haben aus Angst davor dann die Tokens ebenfalls verkauft. Und es war wirklich so, als wäre da irgendwie ein heftiger Krieg zwischen den beiden CEOs. Und jetzt ist das Ganze irgendwie auf einmal beste Freundschaft. Sam Bankman-Fried sagt dann auch, ja da waren Gerüchte zwischen diesen zwei Exchanges. Aber Binance hat in dieser Zeit schon wieder bewiesen, dass in diesem dezentralen Space jetzt die Arbeit mit Regulatoren und was auch immer jetzt verstärken will. Und ja auf einmal sind sie die Guten. Und jetzt hilft Binance FTX die nicht mehr möglichen Auszahlungen, die angehaltenen Auszahlungen jetzt zu begleichen. Und, und, und. Also richtig, richtig krass. Das ist Market-Manipulation vom Feinsten, beziehungsweise Angst und was man dazu sagen möchte, was auf jeden Fall richtig krass ist, dass meine Part-Trades, die offen waren, nicht so schlimm im Minus sind. Ich habe sie nicht geschlossen, ich habe meine Longs vergrößert bei diesem Drop. Und richtig krass sowieso, wenn man sich das ansieht. Und ich muss einfach wieder sagen, der absolute Winner in solchen Marktlagen mit viel Volatilität sind die Spot-Grids. Da wird auch so ein Tief ohne Emotion einfach gekauft und ist schon wieder im Plus. Richtig cool. Und wenn man nochmal droppen und irgendwann wieder steigen, ist es noch mehr Plus. Also hier nochmal in dieser Seitwärtsbewegung hat nicht so gut performt wie bisher die Spot-Grids mit einer Verlässlichkeit, wie es selten irgendwo möglich ist. Durch dieses Event ist auch was sehr, sehr Wichtiges passiert. Und zwar in aller Objektivität gesehen. Und wir haben unser Rising Wedge nach unten hin verlassen und perfekt unseren Retest eingeholt, den ich natürlich schon vermisst hatte. Wer meine Videos kennt, der hat es schon hier gesehen. Ich hatte nämlich dieses Ascending Triangle dann umändern müssen. Ist leider nicht eingetreten, so wie es war. Und das dann als Rising Wedge interpretiert. Und hier kann man dann sehen, Ein Ausflussziel von unserer 19.600 Dollar Marke, wo ich immer noch auf den Retest warte, beziehungsweise immer noch bisher möglich und trotzdem noch nicht potenziell gefährlich halte. Und jetzt ist wirklich eins zu eins genau dieser Retest passiert. Ich habe dort Ethereum Longs gesetzt, eine Bitcoin Long gesetzt. Die sind auch schon im Profit eingesackt. Und jeder im Copy Trading hat diese Trades mitbekommen. Hier das waren die Doge Longs. Die sind natürlich krass gewesen in der Statistik. Wenn du noch nicht bei Bitgeld bist, unbedingt anmelden. Da findet jetzt auch gerade eine Trading Competition statt. Mit 30 Bitcoins und 2 Millionen Dollar als Belohnungen. Unbedingt anmelden, wenn du noch nicht dabei bist. Du kannst halt auch ein kostenloses Demokonto machen. Denn dann kannst du kein Geld verlieren, was im Kryptomarkt die oberste Regel ist. Dementsprechend richtig cool gewesen. Der heutige Tag unglaublich volatil. Und dieser Retest eben auf unsere 20.000 Dollar Zone, die ist so entscheidend wichtig. Das war, egal wo wir hier ausbrechen, sowieso wichtig. Und war zu erwarten oder zu erhoffen. Das gibt Kurstabilität. Jetzt sieht man einfach, dass dieser ganze Rumor hoffentlich sein Ende genommen hat. Dass diese Unsicherheit jetzt tatsächlich besiegt worden ist. Mit Glück gehen wir einfach jetzt stumpf nach oben. Genauso wie es der Plan ist auf den großen Timeframe. Wir haben dieses Falling Broadening Wedge verlassen. Wir haben ebenso den Widerstand vom All-Time-High gebrochen. Somit diesen Bear-Trend offiziell beendet. Und sind jetzt halt am Weg, eine Seitwärtsbewegung oder Aufwärts-Relief-Rallye zu starten. Bin ich mal richtig gespannt. Gerne kannst du mir reinschreiben, was du heute so gemacht hast. Wie deine Kursanalysen, wie deine Chart-Time heute war. Denn das war absolutes großes Kino hier heute zuzusehen. Was für Dramen sich da abgespielt haben. Leute haben ja Geld von FTX abgezogen. Leute haben FTX schon im Untergang gesehen. Ich persönlich war mir sicher, dass die Funds relativ safe sind. Und cool ist es dann natürlich, dass die Auszahlungen anhalten. Und ja, jetzt gilt es einfach hier noch weiter diesen Kurs aufzubauen. In die Region von 25.000 Dollar. Wenn das möglich wäre und ein Bruch über unser W-Patter-Neckline passieren würde. Das wäre natürlich schon ein schönes Reversal. Wie gesagt, gerne deine Meinung reinschreiben, was heute dieser Tag war für Krypto. Für die ganzen Märkte, weil das war wirklich ein sehr, sehr kurioses Ereignis nach dem anderen. Der Markt reagiert brutal auf solche News. Das sieht man wirklich selten korrigiert auch schon wieder. Ja, gerne reinschreiben. Wir sehen, wir hören uns dann im nächsten Video. Hängt heute nicht mehr zu lange an den Charts. Ciao, ciao.